Bohnensalat mit zweierlei Bohnen, Brechbohnen, Baked Beans und Nürnberger Bratwürstchen und Speck und Käse. Und das schmeckt auch. Super lecker, ganz schnell gemacht aus Resten, kann ich nur empfehlen. Das Rezept findet ihr unterhalb des Videos in der Beschreibung mit vielen anderen tausend kostenlosen Rezepten. So, was kommt in unseren leckeren Bohnenspeck und Würstchensalat? Natürlich Bohnen, hier haben wir Brechbohnen, hier haben wir einen Rest von Baked Beans, die hatten wir verfeinert mit zusätzlich Tomatenmark auf eine Dose, eine kleine Dose Tomatenmark. Hier haben wir schön geriebenen Käse und dann haben wir Nürnberger Bratwürstchen angebraten und zerkleinert und hier haben wir noch ein bisschen Speck. Und das werden wir jetzt alles zusammenführen. Zur Abrundung mache ich jetzt noch einen kleinen Teelöffel Himbeeressig dazu. Für die fruchtige Note, ja auf keinen Fall zu viel, das reicht vollkommen aus. Und dann rühre ich das Ganze um. Bohnensalat mit zweierlei Bohnen, Brechbohnen, Baked Beans und Nürnberger Bratwürstchen und Speck und Käse. Und das schmeckt auch. Super lecker, ganz schnell gemacht aus Resten, kann ich nur empfehlen. Das Rezept findet ihr unterhalb des Videos in der Beschreibung mit vielen anderen tausend kostenlosen Rezepten.